Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft zu einer weiteren Episode Let's Build The Redstone Freizeitpark. Heute, in der heutigen Episode, werden wir uns wirklich viel mit Redstone beschäftigen, denn wir wollen endlich ein Ding in die Tat umsetzen. Ich sollte mal in den Redstone Freizeitpark reingehen. Wo, 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 wo wollte ich reingehen? Äh, da wollte ich reingehen. Moment, erst, erst gibt es eine Neuerung. Brumbrum hat mir was zugesendet und zwar das hier hat mir der Minecraft-Shieler Brumbrum, wir kennen ihn ja von der Achterbahn zugeschickt, Alex. Ähm, das ist mal ein geiles Mittelding, Ticketshop, da auch mit TS dran geschrieben. Der gefällt mir. Der ist wunderschön, den werde ich so übernehmen. Also herzliches Dankeschön an Brumbrum für einen so coolen Ticketshop in der Mitte, wollte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben. So, dann, 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 dann wollte ich in diese Version des Reizerparks reingehen. Ja, das sieht nach der richtigen Version aus, in der ich auch bauen möchte. Bäh, bäh. So, und, äh, was haben wir hier? Ist das die richtige Version? Ja, das ist die richtige Version mit den schwebenden Booten. Ja, da haben wir uns sehr drüber gefreut, aber es soll weitergehen und zwar hier am Eingang. So, kommt ein, äh, eine Itemabgabe hin, ein Itemlager. Also ähnlich wie ein Hotel, nur ein Hotel für Items und da hatte ich ja schon mal dieses Boxlager 2.0 gebaut. Irgendwie müssen wir irgendwie später das hinkriegen, dass wir hier einen Raum erschaffen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir irgendwie hier eine Treppe nach links oder nach rechts runter führen, wahrscheinlich nach rechts runter führen. Hier unten einen Raum entstehen lassen, einmal das hier entfernen und diesen Bereich, in dem ich mich jetzt gerade bewege, nutzen für eben jenes Lager. Das Ganze bauen wir allerdings nicht im Freizeitpark, sondern hier offen gelegt hin. Äh, da wird eine ganze Menge Technik, die wir dort bedenken müssen, weil dieses Lager soll einige Funktionen haben. Es soll viele Funktionen haben und das wird jetzt richtig Knobelei, weil das müssen wir uns jetzt gerade selber ausdenken. So, zur Funktionsweise. Das müssen wir einmal festhalten. Das mache ich am besten hier im Video, dann haben wir es auch im Video. Sonst, wenn ich mal Fragen habe, kann ich ja auch immer dieses Video noch beim Nachhinein angucken. Man geht rein, man bezahlt ein Emerald, bekommt eine Kiste und einen Schlüssel. In die Kiste legt man Items rein und nimmt den Schlüssel. Geht dann wieder weg. So, und wenn man dann den Schlüssel vorweist, kommt die Kiste mit den Items zurück. Dann muss man alle Items aus der Kiste rausnehmen und verlässt den Raum wieder und sobald man den Raum verlässt, geht die Kiste zurück. Und beim Zurückgehen wird die Kiste geleert. Mit anderen Worten, alle Items, die in der Kiste drin sind, werden gelöscht, aus der Kiste rausgenommen. So, und dann ist die Kiste wieder verfügbar und das System weist immer eine neue Kiste zu, überspringt allerdings vergebene Kisten. Beim alten System wurde dieses alte Boxlagersystem, welches ich irgendwo mal hier in der, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich das hier gebaut? Könnte sein, dass ich das, nein, das habe ich in der eigenen Welt gebaut. Da war es so, dass die Kisten immer neu vergeben worden sind. Das heißt, immer nachdem alle Kisten durch waren, werden sie neu vergeben. Wenn alle Kisten belegt sind, dann kann man diesen Schalter nicht benutzen. So, und das Ganze machen wir dreimal oder zweimal nebeneinander, so dass es zwei Schalter gibt, die unabhängig voneinander nutzbar sind. Mit anderen Worten, die Technik muss auch möglichst klein werden. So, dann überlege ich gerade, ob man vielleicht den Aufenthalt verlängern kann, indem man, wenn man den Schlüssel bezahlt hat, man nochmal einen Emberate bezahlt, nein, machen wir nicht. Das ist so kompliziert, so kompliziert muss es auch nicht sein, aber so kann der Spieler seine Items deponieren. So, und das Wichtigste, es muss schnell gehen. Es muss, dieses System muss auf Schnelligkeit ausgetrimmt sein. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Also fangen wir mal an mit dem Prototyp des ganzen Systems. Da das Ding ein modulorientiertes System ist, brauchten wir nur zweimal ein Modul zu bauen. Ein Stackmodul und ein Wendemodul, denn das ganze Ding geht in zwei Richtungen. Ich muss überlege, so, je kleiner die Moduls, desto besser, je höher ist es egal. Die Höhe ist ja glücklicherweise nicht vorgeschrieben, auch wenn das Interface, welches wir dann auch noch designen müssen, sprich wir müssen drei Sachen heute designen. Das Modul, pro Modul sollen zwei Kisten gespeichert werden. Das Wendemodul und das Interface. Und der letzte Rest ist nur noch Copy & Paste. So, jetzt wird es richtig bunt. Das hier, was ich jetzt in grün baue, soll das erste Modul werden. Hier sollen zwei Kisten sein. Einmal eine Kiste auf der Seite und einmal eine Kiste auf der anderen Seite. So, das ist die Grundidee. Das ist schon recht groß, das Modul. Das darf die maximale Größe. Es darf nicht größer als das werden. Das kriegen wir nachher nicht. Wenn das später fertig ist, haben wir so ein riesen Technik-Ding in diese Richtung. Das müssen wir zweimal nebeneinander machen, da es zweimal die Möglichkeit gibt, da dran zu kommen. So, so ganz schlimm ist die Technik ja glücklicherweise nicht, birgt aber doch die ein oder andere Tücke, der wir heute aus dem Weg gehen wollen. Dann wird es lustig. Also, wir brauchen unten, das allererste, was wir ganz unten brauchen, ist ein RAM. Ein zweierlei gesteuertes RAM. Und zwar, oh, das wird schwer. Wie mache ich das denn jetzt? Das Problem ist, dieses RAM entscheidet darüber, welche verfügbar sind und welche nicht verfügbar sind. Das Problem ist, das können wir nicht mit so einem einfachen RAM machen. Das wird jetzt lustig. Es funktioniert doch nicht so leicht, wie ich es mir gewünscht hätte. Also, wir brauchen einen RAM. Also, stellt euch darauf ein, dass der ganze Part jetzt so wird, dass ich die ganze Zeit überlege. Und so, wenn ihr euch das nicht interessiert, dann tschüss. Aber einige sagten, dass sie es gerne sehen, wie ich ein bisschen überlege. Ich werde ab und zu mal nicht viel sagen, weil jetzt gerade ich überlege gerade, wie man das am besten macht. Wir brauchen einen RAM irgendwie, das ist klar. Ein RAM, was durchzählt, das ist ja kein Problem. Problematisch ist, das RAM zählt so durch. Zack. So, dann kennen wir das nächste RAM. Das müssen später durchgestackt werden. So, und wenn der Computer jetzt das aktiviert, dann wird diese Zelle aktiviert. Die Zelle soll aktiviert bleiben. Das ist ein großes Problem. Die darf am nächsten Mal nicht erneut aktiviert werden. Also, muss hier hinterher noch eine Technik. Das Problem ist nämlich, wenn die Zelle ja schon belegt ist. Also, jedes Mal, wenn dieser Kolben ausgeklappt wird, soll die Zelle aktiviert werden. Das heißt, keine Ahnung, hier oben liegt immer Strom an. Hier oben muss immer Strom sein. So. Und der Zähler hat hier unten ein Signal. Das geht, wir bauen es mal ein bisschen anders. Wir designen das nochmal um von der Technik, sonst wird das zu durcheinander. Wir brauchen Input-Signale. Wir machen folgendes Input-Signal. Wir haben ein Reset-Signal und ein Carrier-Signal. Das Carrier-Signal sagt, dass eine neue Zelle aktiviert werden muss. Und das läuft durch. Das geht hierher. So. Das läuft hier in eine Zelle rein und dann weiter in die nächste Zelle. Und dabei aktiviert es den Kolben. So. Und der Kolben ist immer ausgeklappt und bekommt Strom. Also, dieses RAM hier bekommt Strom über die rote Leitung. Die rote Leitung versorgt das RAM mit Strom. Nur solange das RAM Strom hat, kann es funktionieren. Das ist aber auch wichtig für den Reset-Mechanismus. Das heißt, die rote Leitung ist die Always-On-Leitung. So. Und das RAM machen wir mal in orange. Okay, gut. Das wäre erstmal die Basics. Dann haben wir noch hier ein Output des RAMs und fertig. Also, oh, Quatsch. Time-Set 0. Das gehört irgendwie auch dazu. Der Output des RAMs ist jetzt erstmal grün. Der Output des RAMs besagt, hey, diese Zelle soll aktiviert werden. Hier ist jetzt eine Zelle. Stellen wir uns das denn vor. So. Rot ist immer an. Und das andere ist ein statisches Blink-Signal. Ja. Und das würde, glaube ich, also das würde schon funktionieren. Jetzt kann ich sagen, okay, jo, die Zelle soll angehen. Und weil hier eine Verzögerung drin ist, geht erst kurz an später die nächste Zelle an. Das ist alles kein Problem. Das heißt, wenn jetzt das Signal das nächste mal blinkt, würde die nächste Zelle angehen. Das ist kein Problem. Aber stellt euch mal vor, also stellt euch mal vor, das Ganze ist resettet. So, wir resetten das Ganze. Zack, resettet. Und diese Zelle wäre belegt. Diese Zelle wäre belegt. Wie können wir das deklarieren? Ganz einfach, indem wir unten den Kolben bepowern. Das heißt, unten der Kolben muss bepowert sein. Mit anderen Worten, wir brauchen ein Signal, welches besagt, dass die Zelle belegt ist. Das machen wir mal pink. Pink bedeutet, Zelle ist belegt. Und die läuft hier unten rein. Allerdings, wie wir sehen, nicht mit Repeat. Aber das Signal nicht weitergeleitet werden, sondern soll nur hier diesen Kolben. Okay, gut. So geht das. Okay. Okay, 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 okay. Haben verstanden. Gut. Das funktioniert doch. Alles gut. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Gut. Jetzt, wie verfahren wir mit dem Design? Moment. Nein, nein, nein. Warte. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Lass mich nachdenken. Da ist ein Fehler drin. Denkfehler drin. Ja, wir brauchen nämlich hier einen kurzen... Wenn das Ganze resettet wird, darf die Zelle nicht resettet werden. Das heißt, wir brauchen einen kleinen Kondensator, der kurzzeitig das Stromsignal festhält. Das Stromsignal soll so sein, dass sich das RAM resettet, aber die Zelle darf nicht ihren Speicherzustand vergessen. So, und das mache ich jetzt so. Pass auf. Pass auf. Ich erkläre es euch. Keine Sorge. Das klingt jetzt erstmal sehr seltsam, was ich da sage. Wenn diese Lampe leuchtet, dann ist die Zelle aktiviert. So. Und die Zelle bekommt ein Stromsignal und die Zelle ist aktiviert. So. Und jetzt wurde das Item zurückgegeben und beim nächsten Mal, zack, wird die Zelle resettet. Kein Problem, ne? So. Und dann sehen wir, die Lampe geht aus. Zelle ist wieder nicht belegt. So. Zack. Zelle ist belegt. So. Und jetzt hat sich der Spieler den Schlüssel genommen und hat den Schlüssel noch nicht zurückgebracht. Das heißt, die Zelle ist immer noch durch diese Leitung hier unten belegt. Und jetzt gibt es ein Reset. Achtung. Dann darf nicht dieser Kolben resettet werden und die Lampe darf auch nicht ausgehen. Wäre der Kondensator nicht da, dann würde einmal theoretisch die Lampe kurz ausgehen und angehen und das darf nicht passieren. Ne? Die Lampe darf nicht kurz aus und angehen, weil dann würde die Zelle sich neu reservieren und das darf die Zelle nicht. Also ist nur das die einzige Lösung. So. Das Ganze baue ich jetzt mal ein bisschen hier. Einfach um vielleicht ein bisschen Platz zu sparen. Je weniger Platz wir nutzen, desto besser ist das Ganze. So mehr Zellen. Also am besten wäre es ja wirklich, wenn wir das Ganze so dünn hinkriegen, wie ich es jetzt gerade hier baue. Das wäre natürlich so. So wäre es natürlich optimal. Gut. Dann machen wir so und das ist jetzt unser Ausgangssignal. Ausgangssignal zum Belegen einer Zelle. Wunderbar. Geht nach hier oben zu dem Onkel hier oben. Ich schalte das jetzt mal kurz aus. Und hier kommt einmal folgender Mechanismus hin, der mal ganz kurz einen kleinen Puls gibt. So. Der Puls kommt dann hier oben hin in die dunkelblaue Technik. Die dunkelblaue Technik hält das Minecart fest. Das Ganze wird später in der Minecart gespeichert. Das heißt, ich brauche dafür irgendwie ein Mechanismus, um dieses Minecart nun loszuschicken, wenn es denn da benötigt wird. Also das Minecart, in dem sich das, dass die Items befinden, muss irgendwo stehen. Und muss auch irgendwo hin. Und zwar wird das Minecart hierher. So. Und zwar unabhängig von der Ausrichtung immer in diese Richtung. Auf beiden Seiten fährt es in die gleiche Richtung. Das gucken wir uns nachher an. Das verwirrt bestimmt jetzt nur. Das will ich auch nicht erklären. Aber das muss mal ganz kurz geguckt werden. So nach Augenmaß. So passt das. So. Also hier oben muss irgendwie ein Minecart stehen. Das Minecart fährt immer in diese da. Pass auf. In diese Richtung. So. Zack, 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 zack. Das Minecart kommt von hier und fährt immer genau nicht so herum, sondern genau in die andere Richtung. Das müssen wir umstellen. So. Und zwar genau in die Richtung. Immer. So. Das Minecart muss hier irgendwie feststehen. Das muss stehen. Das können wir mit sowas hier machen. Nein, das machen wir... Ne, ne Moment. Das machen wir ganz einfach. Die Zelle endet hier, ne. Dann machen wir das einfach so. 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 Und so. Das heißt also, Minecraft, die Kiste steht hier. Badam, 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 badam. Da steht die Kiste. Das wäre möglich. Erstmal. Das ist kein Problem. Gut. Die Kiste muss auch irgendwie wieder zurückfinden dorthin, wo sie herkam. Das machen wir über eine IMS-Weiche. Die wird von einer Seite nur aktiviert. Und zwar von der Seite. Pass auf. Wir machen das von der Seite. Die IMS-Weiche. Die IMS-Weiche wird immer A2-Blöcke vorher aktiviert. Muss ein bisschen höher gebaut werden, befürchte ich. Also hier kommt die IMS-Weiche hin. Die bauen wir dann so, so, so. Ja, war eine gute Entscheidung, das so hoch zu machen. Das ansonsten nicht passen würde. Obwohl, Moment, 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 Moment. Doch, das hätte auch etwas tiefer gepasst. Platz sparen. Nicht vergessen. Wir müssen Platz möglichst platzsparend. Platz, 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 platz. platzsparend hier bauen. Das ist ganz wichtig. Deshalb überlege ich nochmal gerade, wie wir das ein bisschen besser designen. Das designen so. Und das machen wir auch in einer anderen Farbe. Eingabe. Eingabe der Minecrafts machen wir erstmal in Grau. Das ist langweilig. Das ist die Minecrafts. Ob sie leer oder voll sind, egal. So finden sie wieder zurück dorthin, wo sie herkamen. Das ist auch wichtig. So, das machen wir hier, wie gesagt, über die IMS-Weiche. Die wir jetzt einfach mal hier dran bauen. So wird sie gebaut. So. Moment, doch. Ist völlig falsch, was ich baue. Muss doch ein Block höher. Meine Güte, entscheide ich mal, die JoCraft, wie herum du es haben möchtest. Obwohl es so herum tatsächlich am genialsten wäre. So. So. Geht gut. Dann kommt der hier dahin. So. Dann so. 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 Und wir können das tatsächlich einen Block alles tiefer bauen. Hätte ich nicht gedacht. Alles einen Block tiefer. Ist aber gut. So sparen wir immer noch ein bisschen Platz. Dann kommt hier unten ein Repeater hin. Dann kommt hier eine Redstone Fackel hin. Dann kommt hier eine Trichterstraße hin. So. Soll die Trichterstraße aussehen. Und, äh, hier kommt ein Redstone Block hin. Hier kommt sowas hin. Dann kommt hier ein Redstone Block hin. Da kommt das hin. Das hin. Eine Schiene, die geht einmal in die Richtung und kommt aus der Richtung, wo ich jetzt hier bin. So. Und zu guter Letzt eine Weiche, die normalerweise so herumgeschaltet ist. Wo sie richtig herumgeschaltet. Also. So. Und so. Jetzt hat alles noch richtig. So. Also. Ein. Jetzt richten wir das natürlich später ein. Ich richte das jetzt erstmal provisorisch ein mit. Stein. Ich sage jetzt Stein ist das magische Item. Also. Wir haben hier 16, 17, 18, 19, 20. So. Geht auf 18 runter. Ein Stein müsste immer hier sein. Den nehmen wir wieder raus. Okay. Also wir haben das Minecart. In dem Minecart befindet sich einmal die Schalkerbox. Also die Kiste, wo die Items drin gespeichert werden, drin sind. Und einmal ein Navigations-Item. Das Navigations-Item schickt diese Kiste da an diesen Platz. Wo es das Navigations-Item auch wieder zurück bekommt. Damit es immer in dem Minecart drin ist. Ein anderes Minecart würde nämlich einfach weiterfahren. Zu dem Platz, wo halt das Navigations-Item drin ist. So. Und das bekommt natürlich wieder zurück. Wenn die Kiste nun beordert wird, dann muss mehrere Dinge müssen geschehen. Damit das passt. So klappt. Und zwar beginnt hier. Soll diese nicht. Nein. Schlechte Idee. Wenn die Kiste belegt wird, dann soll was passieren. Es soll da oben ein Stromsignal hingebracht werden. Also ungefähr so. Und das Stromsignal kommt von hier. Von hier kommt ergo aus dieser Maschinerie, die ich hier baue. Und zwar so. Und so. Timeset 0. Ich habe noch eine geniale Idee, wie wir das System perfektionieren können. Nein. Oder nicht? Wir müssen gleich nochmal ein paar Sachen nachdenken. Erstmal hat er diesen Mechanismus fertig kriegen. So. In den Dingen wird drin das sein. Und hier ist eine weitere Fackel. Und die gibt ihr Hauptsignal dann da ab. Wenn also jetzt eine neue Zelle gerufen wird. Klick, klick. So. Dann. Badam, badam, badam. Kommt das Minecart angerollt. So. Ich packe meine Sachen in die Schalkerbox. Ich packe meinen Koffer. Nehme mit das und das und das und das. Dann fährt Minecart mit Schalkerbox wieder zurück auf den Lagerplatz. Und der Lagerplatz ist vermietet. Jetzt. Wie? Woher weiß das System, dass nun der Lagerplatz vermietet ist? Also wie weiß das System? Irgendwie muss das System ja wissen, dass dieser Lagerplatz ab sofort vermietet ist. Das wäre möglich über ein Toggle. Flip. Flop. Also. Wenn das Minecart zweimal. Oh. Das macht es ungemein schwerer. Das macht das leider mega schwer, was wir jetzt vorhaben. Also. Das Ganze können wir ja theoretisch. Also wir brauchen erstmal ein Signal. Ein Signal, welches besagt, dass es Minecart zurückfährt in den Lagerplatz. Von wo können wir das Signal nehmen? Wir können das Signal von hier nehmen. Jetzt merke ich gerade, das wird plötzlich doch ein bisschen eng. Es darf nicht weiter als hier gehen. Das ist doch hier plötzlich schon sehr eng. Aber gut. Von hier aus können wir ein Signal nehmen. Neh? Von hier nehmen wir ein Signal. Gut. Das Signal geht hierher. So. Und hierher. Und muss zwei Kolben aktivieren. Einmal so einen und einmal so einen. Hm. Zwei Rams soll es aktivieren, ne? Schluck. Ich schlug schon hier vor Verzweiflung, weil das doch kompliziert ist. Ah. Was habe ich mir da nur gedacht? Ich brauche zwei Rams. Ein Ram hier. Ein Ram dort. Und die beiden müssen aktiviert werden über das Signal. Das kriegt man ja hin, indem ich. Stopp. Das darf ich nicht. Das wäre ein fataler Fehler. Die Rams müssen hier stehen, ne? Und so. Jetzt wäre das nicht möglich, weil hier der Block hier muss sein, weil das Minecraft ansonsten nicht korrekt runterfährt. Dann müssen die Rams anders packen. Machen wir ein Ram hier hin. Ganz schlechte Idee. Ein Ram hier hin. Ähm. 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 Geht das? Geht nicht gut. Weiter. Können wir das nicht hier unten bauen? Hier unten haben wir noch ein bisschen Platz. Das ist jetzt diese Technik, die ich jetzt baue, ist dazu, damit das System weiß, wann eine Box vergeben ist und wann nicht die Box vergeben ist. Das Ganze probieren wir mal so aus. Können wir das um die Schiene rumbauen? Müsste möglich sein. Doch. Müsste gehen. Könnte das tatsächlich um die Schiene rumbauen? Die Frage ist nur, wie macht man das geschickt? Indem wir das Ram hier hinstellen. Wie steuern wir das Ram jetzt an? Am besten, indem wir erstmal eben kurz so und so. Außerdem hier nun Redstone rein. Das kommt weg. So und so. Der gleiche Witz auf der anderen Seite normal. Nein. Wollen wir gar nicht. Das Ram. Also einmal hier hätten wir einen Ram. Und hier hätten wir einen Ram. Die beiden müssen irgendwie angesteuert werden. Möglichst zeitgleich. Ähm. Ein bisschen Platz haben wir noch. Genug Platz, um ein Signal hier runter zu führen. Auf dem Weg nach unten. den Kolben mitzunehmen. Mit anderen Worten, jetzt müssten beide Kolben ungefähr gleichzeitig. Ja, ungefähr. Das passt. Ne, das passt nicht. Das muss gleichzeitig sein. Ausgeführt werden. Shit. Entschuldigung. Habe ich nicht gesagt. Die müssen gleichzeitig ausgeführt werden. Es gibt sonst Ärger. Ärger am System. Schweige denn nacheinander. Das wird nichts. Das passt so nicht. Das da reinläuft. Also. Hm. Ziehe ich den Part heute noch ein bisschen länger, weil ich das noch eben fertig haben möchte. Ohne. Also möglichst auf diesem engen Raum. Wenn das da aktiviert wird, dann soll sich das Ram resetten. Das heißt, das hier ist quasi unsere Reset-Leitung für das Ram. Die Reset-Leitung kann auch am besten von hier kommen. Ne. Also hier ist der Reset für das Ram. Das heißt, wenn das ausgeht, geht der Typ hier aus. Und der Typ geht aus. Die beiden sollen ausgehen. Also weil ich so und so habe. Die beiden gehen aus. Hoffentlich. Weiß ich nicht, ob sie es tun. Sollten sie aber tun. Bin ich mal gespannt. Probieren wir gleich aus. Der wird auf Folge stellen. So. Jetzt müssen noch die beiden angeschlossen werden. Was ja, glaube ich, machbar ist, indem wir das so und so und so und so. Und wo ist das Problem? Problem gelöst. Glaube ich. Ähm. Wir müssen noch runterkommen. So. Geschafft. Denn. Jetzt hoffe ich, dass ich richtig gedacht habe. Pass auf. Wir lassen das Minecraft einmal kurz hierher fahren. Und weiß was? Das machen wir im nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Und tschau, Leute.